Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von Craft the World, einem Spiel, das von sich behauptet, eine Mischung aus Dungeon Keeper, Terraria und Dwarf Fortress zu sein. Die ersten beiden kann ich unterschreiben. Also ich habe hier schon reingeguckt, das macht Tiere Spaß und Dungeon Keeper Parallelen sind auf jeden Fall da, Terraria sogar noch offensichtlicher, weil es halt Sidescrolling und 2D und was weiß ich ist. Dwarf Fortress hält sich in Grenzen. Also ja, die Zwerge haben auch eigene Fähigkeiten und Skills, die sie weiterentwickeln können und ja, es sind überhaupt erst Zwerge, aber es ist weit, 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 weitaus weniger komplex als Dwarf Fortress. Ja, trotzdem ein sehr schönes Spiel. Die Grafik ist zwar ein wenig zu bunt für meinen Geschmack, aber es ist in sich sehr stimmig und wenn man mal von den beiden Symbolen darin absieht, die kommen auch später gar nicht wieder. Keine Sorge, es ist alles gut, alles gut. Aber ja, ich zeige euch einfach mal das Spiel. Okay, spielen. So, wir haben unseren einen kleinen Zwerg hier. Den können wir selber steuern, wenn wir wollen, aber normalerweise ist es so, dass man Aufträge verteilt. Also sage ich, hack diesen Baum. Und dann hack den Baum. Hata! You under attack. Okay, haut erst mit den Kiefer tot. Zack. Level up, yay. Keine Sorge, das dauert später länger. Und schon haben wir einen neuen Zwerg bekommen und einen Totem. So, jetzt haben wir zwei Zwerge. Das werden immer mehr. Und die machen jetzt ihre Aufträge, die hier in der Liste drin sind. Das heißt, wir bräuchten nochmal Stein, bauen ein bisschen Stein ab. So, Beeren pflücken. Die wollen auch noch weg. So, und das wird jetzt nach und nach alles von unseren zwei Zwergen abgearbeitet. Und so kriegen wir Rohstoffe. Die Rohstoffe müssen die Zwerge auch einsammeln. Das machen die von alleine, wenn sie gerade nichts anderes zu tun haben. Und dann bringen sie es zurück zu diesem Basislager hier. Oh, was haben wir da? Eine Schriftrolle, wie man eine Klapp herstellt. Also eine Waffe. Die stellen wir doch gleich mal her. Ja, wir haben einen Baum gefehlt. 20 Erfahrungspunkte. Klapp, dafür brauchen wir zwei Stück Holz. Wir haben nur ein Stück Holz. Ja, also muss ich die Zwerge einfach mal eine Weile weiter arbeiten lassen. Er sackt hier schon alles ein. Jetzt müssten wir eigentlich schon fast genug haben, oder? Gucken wir mal. Jo, neun Stück Holz. Sehr gut. Also, klappt. Holz, Holz. Und davon stellen wir mal eins, zwei, drei Stück gleich her. Und rüsten unsere Zwerge gleich damit aus. Also hier sind unsere Zwerge. Name, Lebenspunkte, Nahrung und die drei Skills, die sie haben. Am Anfang haben sie allerdings nur einen. Man kann ihnen aber mit Hilfe von Büchern neue Skills beibringen. Und je nachdem, was für einen Beruf sie haben, werden diese Zwerge halt priorisiert bei der Aufgabenverteilung. Aber wenn man jetzt sagt, hier, mach die Steine weg, dann wird sich zuerst ein Miner-Zwerg angesprochen fühlen. So, aber jeder unserer Zwerge braucht erstmal... Ja, das muss ich allerdings gestehen, ist ein wenig lästig. Also gerade wenn man anfängt, das Spiel zu spielen, wird man alle fünf Sekunden mit irgendwelchen Task-Complete und Level-Ups und was weiß ich zugedröhnt. Das ist schon ein wenig zu sehr Facebook-Spiel fast. Aber das hebt sich nachher recht schnell wieder auf. So, also ja, wir würden gerne unseren Zwerg ausrüsten und nicht irgendwelche Sachen angucken. So, also unser Zwerg 1 und Zwerg 2. Wir haben jetzt beide eine Keule. Zum Kämpfen. Und noch, hier, also eine Keule zum Kämpfen und ein kleines Steinmesserchen für im Notfall auch Kämpfen, Mining und Lumberjacking. Aber es gibt später halt noch wesentlich mehr Werkzeuge. Ich kann euch ja mal ganz kurz den Tech-Tree zeigen. Der war kurz schon mal eingeblendet gewesen. Das ist der Tech-Tree. Also je nachdem, was man erforscht hat, werden die anliegenden Sachen weiter erforscht. Und es gibt doch ein paar Gegenstände. Ganz bar. Also ich bin gekommen bisher bis zur ersten Tür. Da ist nicht wirklich weit. Und das nach zwei Stunden Spielen oder so. Also es hat auf jeden Fall schon mal recht viel Content. Und das ist eine super Grundlage. Man muss nämlich an Bedenken, das Ganze hier ist eine Alpha-Version. Ist also bei weitem noch nicht fertig. Da kommt eine ganze Menge hinzu. Aber für eine Alpha ist es super abgerundet. Also ich habe noch keine größeren Wachs gefunden. Ich habe noch keine Crashes gehabt. Und es gibt jede Menge Inhalt. Das ist echt top. Kann man nicht meckern. So, X. Im Terraria-Stil haben wir übrigens immer einen Block vorne, wo man drauf gehen kann. Und einen Block hinten wie eine Wand. Den man allerdings auch abbauen könnte. Und der bringt auch Ressourcen. Also wenn ich jetzt den Wandblock da hinten abbauen würde, würde ich auch einen Stein für bekommen. Arme Zwerge. Die können übrigens auch runterpurzeln. Das ist so ein kleiner Zufallsfaktor mit drin, dass sie dann aus Versehen irgendwann abrutschen und runterfallen. Deswegen sollte man schon zwischendurch Leitern bauen an solchen Stellen. Oder man nimmt einfach Steine oder Dirt oder was auch immer und füllt die Löcher wieder auf. Also man kann jeden Block abbauen, neu bauen und ersetzen. Also ich könnte jetzt einen Stein nehmen und würde sagen, hier. Replace von Front Earth. Das heißt, der vordere Block, der Dirt-Block hier, wird durch Stein ersetzt. Was wir auch nach und nach machen werden, denn das hier ist die Grundlage für unsere Basis. Und eine Basis sollte man nicht auf Dirt bauen, ne? Also ja. Hopps. Komm, geht raus da. Dobe Zwerge. So, Stein dahin. Bills down. Oh, die haben sonst nichts zu tun. Ähm, 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 ähm. Dann hauen wir den dann noch weg. Und bringen die Schnecke um. Du darfst da keinen Stein bauen? Oh, ich glaube, ich habe meinen ersten Bug entdeckt. Weil eigentlich... Eigentlich darf man hier gar nichts entfernen. Hä, wie kriege ich das jetzt hin? Replace Front Earth. Replace Front Earth. Jetzt haben wir eine Schnecke unter unserem Hauptlager. Das ist ja... Huzzah! So, Schneckenschleim und anderes Gedöns gefunden. Und du hast keinen Weg nach Hause? Natürlich hast du einen Weg... Oh. Äh... Ich glaube, das ist ein Problem. Und sie unterhalten sich jetzt über das Wetter. Und über Tee. Nee, kommt schon, Zwerge. Ihr... Weg, weg. Bills down. Replace Earth. Oh, wir sind hier angesprochen. Okay, wir haben unseren ersten Bug entdeckt. Äh, neu starten. Jo. Schon haben wir noch eins Werk. Cut. Sammel. Jetzt haben wir unter unserem Hauptlager ein Kristall. Na schön. Kann ich mit leben. Ich probiere gleich nochmal, das dazu ersetzen. Weil ich würde ungerne das Lager auf Dreck gebaut haben. Ich glaube, das Problem vorhin war, dass während des Ersetzens von dem Dirtblock zum Steinblock der andere Zweck, der nun da gelaufen ist. Also machen wir jetzt gleich... Also machen wir jetzt gleich... Ja, wir haben einen Bomben gehabt. Machen wir jetzt gleich unseren Stein... Und sagen da... Replace Front Earth. Und fassen jetzt nichts mehr an. Ich sehe ihn irgendwie jetzt schon runterfallen und bei den Kristallen aufgesprießt werden. Aber nee, alles gut. Nichts verbuggt. Alles super. Okay, dann mach das Ganze bitte hier auch nochmal gleich. Dann hast du ja einen interessanten Hut auf. Da ist wieder unsere Schriftrolle, die uns erklärt, wie wir eine Keule baut. Wir haben aber noch nicht genug Holz, nehme ich an. Das soll weg, das soll weg, das soll weg, das soll gesammelt werden, das soll gehackt werden. Was haben wir eigentlich sonst so in der Nähe? Oh, ein gelangweilter Ork, der vor einem geschlossenen Geschäft steht. Da kann man anscheinend mit Münzen Sachen kaufen. Jedenfalls steht das bei der Beschreibung von den Münzen dabei. Habe ich bisher aber noch nicht so wirklich zum Laufen bekommen. Das ist eventuell noch nicht implementiert. Müssen wir dann gucken. Jetzt wollen wir erstmal eine ordentliche Festung aufbauen, dann gucken wir weiter. Das ist übrigens die erste von drei Welten. Man muss leider mit der kleinsten Welt anfangen. Also ich kann ja mal ganz raus scrollen. Links ist Wasser. Rechts ist Wasser. Und das hier ist die ganze Spielwelt. Also wirklich groß ist echt nicht, ne? Aber was man draus macht, ist das Wichtigste. Es gibt auch später so Tower-Defense-artige Wellenangriffe, denen man, naja, ausweichen kann man die nicht. Die man einfach nur über sich ergehen lassen muss. Durch Fallen bauen und Festungsanlagen und die Zwerge ausrüsten und so weiter. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. So, wir hätten jetzt gerne unsere Knüppel. Ach, schaut doch gut aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Knüppel. Damit wir schon mal ein paar auf Vorrat haben, wenn die nächsten Zwerge kommen. So, du ein Knüppel. Du ein... Ja, wir haben ein Knüppel gebaut. Du ein Knüppel. So. Dann bräuchten wir eigentlich mehr Stein. Hinten ist Stein und ein Wildschwein. Oh, hier ist ganz viel Stein. Da benutze ich mal den ersten Zauberspruch, den wir haben. Nämlich Portal. Was heißt? Heißt, ich sag den Jungs jetzt hier hinten, baut man das da ab und ich mach hier ein Portal hin. Dann ist hier ein Portalausgang und bei unserem Lager ist der Portaleingang. Oder halt andersrum, je nachdem, von wo man kommt. Und die wissen automatisch, wenn ich da hinten einen Auftrag erledigen soll, dann nehme ich am besten dieses Portal und laufe da nicht ganz hin. Das heißt, die sammeln noch kurz die letzten Sachen hier ein. Und danach müssten sie eigentlich durch das Portal nach links gehen, weil das der einzige bestehende Auftrag ist. Genau. Swoosh. Swoosh. Und laufe hier hin und machen das. Das Portal braucht Mana. Mana bekommt man alle fünf Minuten. Oder wenn man Levelaufstieg hat. Das heißt, gerade am Anfang, wo die Level nur so reinfliegen, kann man das eigentlich recht häufig zaubern, ohne sich da Gedanken machen zu müssen. Genau. Stell dich auf den abzubauenden Stein. Das ist ein super Ideezwerg. Stopp. Dick. Du sollst auch weg. Dick. Hier kommen jetzt ja genug Steine rein. Weil Steine brauchen wir erstmal, um unsere Festung selber zu bauen. Also Fundament und Wände und was weiß ich. Aber auch für neues Werkzeug. Deswegen werde ich da erstmal eine Warte toben lassen. Aber wir können ja mal gucken, was wir als Spieler denn machen können, während unsere Zwerge am Abbauen sind. Das ist primär erstmal erforschen. Also wir gucken uns Sachen an, die gebaut werden könnten, bauen die dann einmal und kriegen dafür Erfahrungspunkte. Und im Tech-Tree werden halt neue Sachen freigeschaltet. So. Fackeln. Fackeln machen Licht. Das hält Monster ab. Zumindest die schwächeren Monster. Sowas wie Käfer und dergleichen. Problem ist allerdings, man kann sie nur auf Wänden bauen. Also auf so einer hinteren Wand, wie hier zum Beispiel. Nicht einfach irgendwo so in die Walderei stellen. Das finde ich ein bisschen schade. Weil ich würde so auch gerne die äußeren Wege zu meiner Festung beleuchten. Aber das geht halt nicht. Dann bauen wir mal das Essen da ab. Oh, da haben wir Kohle. Und hier haben wir Eisen. Äh. Ja, wir könnten hier ja auch unter unserer Festung direkt eine Mine anlegen. Würden wir hier hinkommen. Aber früher wäre es ganz nett, wenn einer der Jungs plötzlich hierhin teleporten würde. Und die... Ah, die Fackel ist schon da. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt eine Stein-Pick-Ax bauen. Nimm, 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 nimm. Ja. Habe ich gerade gesagt. Spiel. Danke. Stone-Pick-Ax. Das Rezept sieht recht ähnlich aus wie ein gewisses anderes Rezept. Gott sei Dank haben sie die im Block hier rausgetauscht. So. Und davon bräuchten wir eins, zwei, drei. Eigentlich auch sechs Stück. Wenn nicht sogar mehr. Somit haben wir nur... Janni und Teres. Als Zwerge. Aber wie gesagt, das wird später recht schnell mehr. So, wir haben es ausgerüstet, also können wir jetzt die Stein-Axt bauen. Dafür haben wir nur keine Steine mehr. Also Janni und Teres. Ach, ihr seid dabei, jetzt die Sachen hier zu bauen. Ja, okay. Craft. Haben wir noch was Neues? Wir haben eine Schleimfackel. Dafür brauchen wir Schleim und Knochen. Knochen haben wir noch nicht. Ja, und eine Leiter. Leiter ist immer gut. Leiter heißt nämlich, wir können dann... ...Minen bauen. Aber die Zwecke können zwar aufklettern, wie man es vorhin gesehen hat. Aber sie können halt auch runterfallen. Und gerade so einen ganz langen Minenschach, das wäre... ...doch ein bisschen ärgerlich. So, Fackel kann weg. Der Stein kann weg. Und den auftreten wir nicht mal weg, damit sie da nicht extra hinlaufen. So, ich denke mal, das Portal wird nicht mehr allzu lange halten. Ah, ist okay. Oh, genau, das ist weg. Flup. Flup. Ah, schon. Sechs von neun Mana. Steine sind momentan echt noch das Problem. Und Holz. Aber wir könnten... Wir könnten eine Axt bauen. Nee. So, Teres, du bist der erste Zwerg. Du kriegst die Axt. Stein Axt ausgerüstet. Klein Tisch bauen. Tisch an sich nicht so wirklich wichtig bisher. Aber danach kommt die Workbench. Und dann Planken. Und dann geht's weiter mit den ganzen anderen holzartigen Sachen. Also was wie Türen zum Beispiel. Und Hedges. Denn man hat erst eine richtige Festung, wenn man einen abgeschlossenen Raum hat. Oder mehrere miteinander verbundene abgeschlossene Räume. Die halt Türen und Hedges haben. Damit man nicht einfach so reinlaufen kann mit Zugluft und all sowas. Kennt man ja auch aus den anderen erwähnten Spielen. Also Terraria und Dwarf Fortress. Wobei es mit Dwarf Fortress halt die Zonen gab. Das gibt's hier alles gar nicht.